Wie gut kennst du dich im Sport aus? Trete jetzt zur Challenge mit 10 Fragen an. Was ist die Standardlänge eines Marathonlaufs? 40 Kilometer, 42,195 Kilometer oder 45 Kilometer? 42,195 Kilometer sind seit den Olympischen Spielen 1908 in London standardisiert. Wie viele Spieler hat eine Fußballmannschaft auf dem Feld? 9, 10 oder 11? Eine Fußballmannschaft besteht aus 11 Spielern inklusive des Torwarts. Ein Spieler ist außerdem der Spielführer oder Mannschaftskapitän. Welche dieser Sportarten ist noch nicht olympisch? Squash, Volleyball oder Basketball? Squash ist zwar im Gegensatz zu Volleyball und Basketball nicht olympisch, wird es aber mit den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles sein. Welcher Tennisspieler hat die meisten Grand Slam-Titel gewonnen? Roger Federer, Rafael Nadal oder Novak Djokovic? Novak Djokovic hält mit 23 Grand Slam-Titel im Herren-Tennis den Rekord. Welche Farbe haben die Heimtrikots der italienischen Fußballnationalmannschaft? Grün, weiß oder blau? Die traditionelle Farbe der Heimtrikots der italienischen Fußballnationalmannschaft ist blau. Welcher Schwimmer gewann 28 Olympia-Medaillen? Marc Spitz, Michael Phelps oder Ian Thorpe? Der ehemalige amerikanische Schwimmer Michael Phelps ist der erfolgreichste Olympioniker aller Zeiten mit insgesamt 28 Medaillen. Wie heißt das berühmteste Radrennen der Welt? Giro d'Italia, Vuelta a España oder Tour de France? Die Tour de France ist das bekannteste und prestigeträchtigste Radrennen der Welt. Wer ist Rekordweltmeister der Formel 1? Lewis Hamilton, Michael Schumacher oder Niki Lauda? Michael Schumacher, ein deutscher Rennfahrer, hält den Rekord für die meisten gewonnenen Formel-1-Weltmeisterschaften. Wer ist Rekordweltmeister der Formel 1? Wie viele Runden müssen in einem offiziellen Boxkampf mindestens gekämpft werden? Vier Runden, sechs Runden oder zwölf Runden? Die Mindestanzahl von Runden in einem offiziellen Boxkampf beträgt vier. Welche Sportlerin hält den Rekord von 18 Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen? Larisa Latunina, Jenny Thompson oder Birgit Fischer? Larisa Latunina, eine sowjetische Turnerin, gewann in den 50er und 60er Jahren 18 Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen. Wie viele der zehn Fragen hast du gewusst? Mach gleich das nächste Quiz! Was? vérit ein Knives